Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, eins einmal zur Klarstellung, ein Gebärdendolmetscher wurde für heute nicht angefragt, es war nicht einmal Thema im Ältestenrat. Das wollen wir einmal hier festhalten und wir haben einen Livestream mit Untertiteln, sodass auch unsere Debatte hier heute verfolgt werden kann. Anfang dieses Jahres haben wir uns im Sozialausschuss eingehend mit der Situation und der Teilhabe gehörloser Menschen in Mecklenburg-Vorpommern auseinandergesetzt. Dort haben wir auch die Möglichkeit eines Landesgehörlosengeldes diskutiert. Ein Fazit war, dass die Mehrkosten für Betroffene und dadurch die finanziellen Bedarfe sehr unterschiedlich sind und man es nicht pauschal regeln sollte. Die Unterschiede zwischen den Arten von Hörschädigungen sind teils sehr groß. Ebenso die technisch-medizinischen Möglichkeiten, um adäquat mit den Schädigungen umzugehen oder diese womöglich auszugleichen. Ein pauschaler Zuschuss, wie in dem vorliegenden Gesetzentwurf vorgeschlagen, erscheint nicht als zielgerichtetes Mittel. Ich möchte daran erinnern, dass bereits jetzt alle Menschen mit Behinderung Anspruch darauf haben, in ihrer Selbstbestimmung unterstützt zu werden, damit ihnen eine wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in unserer Gesellschaft ermöglicht wird. Ich darf Ihnen mitteilen, dass ich eine Gehörlose nicht da habe, also die Tochter von meinem Bruder seit Beginn ihres Lebens gehörlos. Und sie steht mit ihrer Familie, mit ihrem gehörlosen Mann und mit den zwei Kindern, die sie gemeinsam haben, die beide hören können, mitten im Leben und mitten in der Gesellschaft und haben so ihren Platz. Und ich habe mir die Bestätigung geholt, dass es wichtig ist, genau diese Dinge zu besprechen, aber auch genauso wichtig es ist, darüber zu reden, was wir alles dafür tun. Festgehalten wird dieser Anspruch in § 1 des Bundesteilhabegesetzes. Dieser gilt auch für gehörlose Menschen. Weiterhin hält das BTAG konkrete Leistungen zur Teilhabe fest. Der § 78 regelt Assistenzleistungen und § 82 Leistungen zur Förderung der Verständigung. Hier haben wir Leistungen, die je nach individuellem Bedarf zugesprochen werden. Außerdem sei hinzugefügt, dass von Landesseite für Zuschüsse für Gebärdensprachdolmetscherleistungen im privaten Bereich über 100.000 Euro jährlich zur Verfügung gestellt werden. Um die behördliche Kommunikation zu verbessern, hat das Sozialministerium zudem seinen Titel für externe Sachverständige im Entwurf des nächsten Doppelhaushaltes angehoben. Damit wird der verstärkte Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern ermöglicht und Informationen können auch gehörlosen Menschen besser zugänglich gemacht werden. Um zu dem vorliegenden Gesetzentwurf zurückzukommen. Bereits im Januar 2020 hat der Landtag einen Antrag der AfD diskutiert, in dem die Schaffung eines Landesgehörlosengeldes vorgeschlagen wurde. Im Vergleich zu dem heute vorliegenden Gesetzentwurf wurde damals eine ganz andere Summe genannt, die als Unterstützung nötig sei. Weder in dieser zurückliegenden Initiative noch in dem aktuellen Gesetzentwurf wird die Höhe der vorgeschlagenen Unterstützung begründet. Das darf ich auch noch mal ganz klar für unseren Koalitionspartner, für die Linke sagen. Wir sind da genau dieser gemeinsamen Meinung und ich vertrete hier in dieser Rede die Koalition. Der Bedarf ist schlicht sehr unterschiedlich und entbehrt jeder Grundlage. Wir haben keine Berechnung ihrerseits vorliegen. Insbesondere, um den Betroffenen einen möglichst gleichberechtigten Zugang zu Beruf und gesellschaftlichem Leben zu ermöglichen, bedarf es jedoch weiterer Anstrengungen. Auch in Schule und Ausbildung, im Job sollen Gehörlose gut inkludiert sein und nicht am Rande stehen. Die UN-Behindertenrechtskonvention hält ausdrücklich fest, dass blinden, gehörlosen oder taubblinden Menschen, insbesondere Kindern, ein geeigneter Bildungszugang gegeben sein muss, damit die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung ermöglicht wird. Als gutes Beispiel für das inklusive Engagement in Mecklenburg-Vorpommern kann daher die verstärkte Fortbildung von Lehrkräften im Themenfeld Inklusion herangezogen werden. Auch wurde die Einführung der Schuleingangsphase in den Jahrgangsstufen 1 und 2 umgesetzt. Diese Phase kann von Kindern in einem Zeitraum von einem bis zu drei Schuljahren besucht werden. Damit erhalten die Kinder die Zeit, die sie individuell benötigen, um in der Schulumgebung Fuß zu fassen. Mit dem Maßnahmenplan der Landesregierung werden außerdem Maßnahmen ergriffen, die spezifisch blinden und sehbehinderten sowie gehörlosen Menschen zugutekommen. Dazu gehört zum Beispiel der Abbau von Kommunikationsbarrieren im Internet und bei der Mediennutzung. Im August dieses Jahres hat die Landesregierung ihren aktuellen Bericht über den Umsetzungsstand des Maßnahmenplans vorgelegt. In 13 verschiedenen Handlungsfeldern sind insgesamt 124 Maßnahmen aufgeführt, die angegangen werden oder bereits in der Umsetzung sind. Hier wird auf struktureller Ebene ein Wandel vollzogen, der Mecklenburg-Vorpommern schrittweise barrierefreier, inklusiver und fairer für alle Menschen macht. Ein Blick in Ihre Partei- und Wahlprogramme reicht aus, um zu wissen, dass Politik mit und für behinderte Menschen bei Ihnen keine Rolle spielt. Das vorgeschlagene pauschale Fördergeld halten wir für diesen Zweck, wie beschrieben, nicht für geeignet. Den Gesetzentwurf lehnen wir folglich ab. Vielen Dank. Frau Abgeordnete, zu Ihrem Redebeitrag gibt es einen Antrag auf Kurzintervention seitens der Fraktion der AfD. Bitte schön, Herr DeJesus Fernandes. Vielen Dank. Natürlich spielt das für uns eine Rolle und gerade diese Bevölkerung schicht. Deswegen setzen wir uns auch für sie ein und sind auch für eine vernünftige Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, die da sagt, dass jedem nach seinen Möglichkeiten mit den besten Mitteln geholfen werden soll. Und genau deswegen setzen wir uns auch dafür ein, dass wir die Förderschulstruktur erhalten wollen, die Sie abschaffen wollen. Deswegen sind wir auf der Seite von den Leuten, die wirklich Hilfe brauchen und die wirklich Integration dann erfahren. Ihr Modell ist krachend gescheitert. Warum brauche ich Ihnen nicht erklären? So, dann, natürlich haben wir die Höhe begründet. Schon in der ersten Lesung und auch schon in der letzten Legislatur. Das ist ein Vorschlag vom Landesgehörlosenverband. Der agiert ja nicht einfach im luftleeren Raum. Auch Sie haben Kontakte dahin nämlich stark an und Sie hätten kommunizieren können. Inflationsangepasst, das wissen Sie auch. Es steigt alles, wird alles teurer aufgrund auch Ihrer Politik. Selbstverständlich steht da dann auch eine andere Zahl drin, die wir begründet haben. Und ja, es ist pauschal, genauso pauschal wie das Landesblindengeld. Ich hoffe, Sie legen da nicht die Axt an, weil die pauschal Ihnen ja anscheinend irgendwie missfällt. Sie kommen hier mit Ausflüchten und Ausreden, dass hier andere Sachen bereits gemacht werden. Ja, aber das ist kein selbstbestimmtes Leben, weil es muss alles beantragt werden. Keine Spontanität im Alltag möglich. Wir möchten das dieser Bevölkerungsgruppe ermöglichen, dass sie eine selbstbestimmte Teilhabe haben am ganz normalen Leben. Und dazu ist dieses Landesgehörlosengeld absolut geeignet. Ihre Ausflüchte lasse ich so nicht gelten. Möchten Sie darauf antworten, Frau Abgeordnete? Bitteschön. Ja, sehr gerne. Frau Präsidentin, also ich verweise nochmal auf Ihr Wahlprogramm. Da ist nichts davon zu hören und zu lesen. Sie sagen jetzt, wir arbeiten hier mit Ausflüchten. Ich habe Ihnen dargelegt, wie unser Konzept ist, wie wir auch mit dem Gehörlosenverband zusammenarbeiten. Sie haben hier einmal 100 Euro, einmal 200 Euro pauschal reingeschrieben. Ich habe keine Untersetzung gefunden und von daher lehnen wir Ihren Gesetzentwurf ab und setzen uns für die Maßnahmen ein, die auf dem Weg sind, umgesetzt wurden und die wir gemeinsam weiter miteinander mit den demokratischen Fraktionen erarbeiten. Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Vielen Dank, Frau Abgeordnete.